Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Europawahl in Ungarn – Magia überrascht mit starkem Ergebnis gegen Orban Die Europawahl in Ungarn am vergangenen Wochenende hat zu überraschenden Ergebnissen geführt, die sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene große Aufmerksamkeit erregt haben. Trotz der dominierenden Präsenz der regierenden Fidesz-Partei unter Premierminister Viktor Orban musste diese erhebliche Verluste hinnehmen. Gleichzeitig konnte die Opposition einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen, der die politische Landschaft des Landes nachhaltig verändern könnte. Nach den offiziellen Ergebnissen haben die Bürgerinnen und Bürger ihre Unzufriedenheit mit der derzeitigen Regierung deutlich zum Ausdruck gebracht. Während die Fidesz-Partei bei der letzten Europawahl noch über 52 Prozent der Stimmen erhielt, sank dieser Anteil nun auf etwa 43 Prozent. Dies entspricht einem Verlust von 9 Prozentpunkten und zeigt, dass Orbans Politik nicht mehr uneingeschränkte Unterstützung findet. Besonders auffällig ist der Zuwachs an Stimmen für Oppositionsparteien. Die demokratische Koalition, DK von Ex-Premierminister Ferenc Jurchani, konnte ihren Stimmenanteil von 9 auf 14 Prozent steigern. Gleichzeitig erzielte die liberale Momentum-Bewegung ebenfalls bemerkenswerte Gewinne und erreichte knapp 13 Prozent. Diese Entwicklungen sind ein klares Zeichen dafür, dass viele Wähler nach Alternativen zur Regierung suchen. Interessanterweise hat auch die rechtsextreme Job-Big-Partei einen leichten Anstieg erfahren, was darauf hinweist, dass die politische Polarisierung in Ungarn nach wie vor ausgeprägt ist. Dennoch sind die bedeutendsten Gewinner dieser Wahl zweifellos die progressiven Kräfte, die sich für eine stärkere Integration in die Europäische Union und für demokratische Reformen einsetzen. Ein erfahrener ungarischer Politik-Analytiker, Zoltan Kiss, kommentierte die Wahlergebnisse folgendermaßen. Diese Wahl markiert einen Wendepunkt in der ungarischen Politik. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sieht es so aus, als ob die Opposition eine echte Chance hat, die Dominanz der Fidesz-Partei zu brechen. Die Gründe für den Rückgang der Unterstützung für Orban sind vielfältig. Einerseits haben mehrere umstrittene Maßnahmen der Regierung, wie die Einschränkung der Pressefreiheit und Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz, für zunehmende Kritik gesorgt. Auf der anderen Seite scheint auch die wirtschaftliche Situation, die durch die Covid-19-Pandemie und die Energiekrise belastet ist, viele Wähler dazu veranlasst zu haben, sich von der Fidesz-Partei abzuwenden. Ein weiterer entscheidender Faktor könnte die zunehmend europakritische Haltung Orbans sein. Während sich andere Mitgliedsstaaten bemühen, eine gemeinsame Position innerhalb der EU zu finden, hat die Regierung Orbans oft gegensätzliche Standpunkte eingenommen. Dies hat zu Spannungen mit Brüssel geführt und möglicherweise das Vertrauen vieler proeuropäischer Wähler in seine Regierung erschüttert. Die Wahlergebnisse in Ungarn könnten auch Auswirkungen auf die EU-Politik haben. Mit der wachsenden Unterstützung für proeuropäische Parteien könnte sich die Position des Landes in Bezug auf die EU-Integration ändern. Unabhängig davon, ob dies zu einer verstärkten Zusammenarbeit oder zu neuen Konflikten führt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die jüngsten Entwicklungen in Ungarn sowohl nationale als auch internationale Beobachter aufhorchen lassen. Die zukünftige politische Entwicklung in Ungarn ist schwer vorherzusagen. Man kann aber davon ausgehen, dass die Opposition gestärkt aus dieser Wahl hervorgeht und möglicherweise bei den nächsten nationalen Wahlen eine ernsthafte Herausforderung für Orbans Regierung darstellen wird. Angesichts der zunehmenden Unzufriedenheit und der Mobilisierung der Opposition wird es interessant sein zu beobachten, wie sich die politische Landschaft in den kommenden Monaten entwickelt. Abschließend lässt sich sagen, dass die Europawahl in Ungarn nicht nur eine bedeutende Abstimmung für das Land selbst war, sondern auch weitreichende Konsequenzen für die gesamte Europäische Union haben könnte. Die gesteigerte Unterstützung für die Opposition zeigt, dass viele Ungarn einen Wandel wünschen und bereit sind, dafür einzutreten. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Wunsch nach Veränderung langfristig zu einer Veränderung der politischen Machtverhältnisse führen wird. Quellen Offizielle Wahlergebnisse der ungarischen Europawahl 2024 Interview mit dem ungarischen Politikanalytiker Zoltan Kies Berichte der ungarischen Nachrichtenagentur MTI Analysen und Kommentare der ungarischen Tageszeitung Nebsava Anita Farke, Montag, 10. Juni 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.